Sexuelle Liebe auf göttliche Weise von Barry Long, Hörbuch Teil 7 Aus Kapitel 5 Bewusste Liebe, Seite 101 Vorgelesen von Teresa Carayel Der Mann kann nie lange Zeit glücklich sein und das so lange nicht, bis er genügend geliebt hat, um seine selbstsüchtige Abhängigkeit von sexuellen Spielchen und sexueller Zerstreuung durch Liebe ersetzen zu können. Da der Fortschritt der Welt seine eigene, schlaue Erfindung ist, um sich dieser Verantwortung zu entziehen, hat er fast narrensichere Verhütungsmethoden ersonnen, chemisch die Pille, chirurgisch die Sterilisation, um sein eigenes Vergnügen auf Kosten der Liebe sicherzustellen. Die Kehrseite davon, es gibt immer eine Kehrseite selbstsüchtigen Vergnügens, ist das unaufhaltsame Anwachsen der Weltbevölkerung. Die Notwendigkeit, die Geburtenrate auf dem Planeten zu kontrollieren, ist nur entstanden, weil der Mann die sexuelle Kontrolle über sich verloren hat und ganz selbstverständlich Spermien freisetzt, wenn er außerhalb der Vagina onaniert und in ihr ejakuliert. Als die Zeit und die Welt sehr jung waren und Mann und Frau sich wie die Götter liebten, war es ein großes Privileg, präsent im Körper auf der Erde zu sein. Da der Mann sich der Liebe, d.h. der Frau gegenüber, verantwortlich verhielt, wurde die Bevölkerung sehr klein gehalten. Der Mann ejakulierte zwar beim Liebesakt, aber sehr selten und der Augenblick wurde durch die göttliche Intelligenz bestimmt, durch die Liebe selbst, mit der er vereint war. Die Männer und Frauen von heute können in das Bewusstsein der Liebe eintreten, das hinter dem Teil des Gehirns liegt, der die Genitalien kontrolliert. Dies geschieht durch richtiges Lieben, indem man zu der Empfindung in der Vagina oder im Penis wird und nicht versucht, distanziert zu bleiben oder an einer isolierten Identität festzuhalten. Dann sind die beiden Liebespole der Erde, der männliche und der weibliche, vereint im magischen Bewusstsein, in der göttlichen Präsenz ihrer beider Göttlichkeit. Die obere Körperhälfte vibriert mit einer sehr feinen Energie, die vor allem im Solarplexus wahrgenommen wird und, wenn du eine Frau bist, in den Brüsten. Da dies die feinste und süßeste der psychischen Liebesenergien der Frau ist, ist das Küssen ihrer Brüste und Brustwarzen überaus wichtig. Sie verlangen eine sehr zärtliche und liebevolle körperliche Annäherung des Mannes. Viele Männer sind gierig, krabschen und sogar gewalttätig beim Küssen und Anfassen der Brüste. Statt zur liebevollen Hingabe der Frau beizutragen, zerstört dieses Verhalten die Empfindsamkeit in ihren Brüsten und sie spürt die Liebe in ihnen nicht mehr. Es vermehrt außerdem ihre Abscheu vor Sex und wird ihr zukünftiges Verhalten auch einem liebevollen und zärtlichen Mann gegenüber beeinflussen. Die Liebe in ihren Brüsten gibt dem Kind Milch und drückt den Geliebten ohne sexuelle Assoziationen an den Busen. Sie kann als eine Sehnsucht nach dem Unerreichbaren, einem Verlangen nach Reinheit und idealer Schönheit gespürt werden. Sie ist der Impuls hinter der Idee der platonischen Liebe. Dies ist der obere Liebespol. Der untere Pol unterhalb der Taille konzentriert sich in den Genitalien. Seine Energie ist aber auch immer im unteren Rücken, am unteren Ende der Wirbelsäule, in den Oberschenkeln und Beinen anwesend, wird dort aber normalerweise nicht wahrgenommen. Wenn du sehr still bist, wirst du irgendwann die besondere Eigenart dieser Energie wahrnehmen. Ohne emotionale oder sexuelle Assoziationen wird diese untere Energie als genauso rein erfahren wie die höhere Liebe, aber die Sinnesempfindung ist gröber und greifbarer. Diese Energie, die aus der Erde selbst aufsteigt, ist reine Vitalität oder Lebensenergie, bevor Emotionen als Sexualität oder Gefühl in sie eindringt. Bei sehr wenigen Männern und Frauen ist der Körper oberhalb der Taille in Verbindung mit dem unteren Teil. Die Funktion des Mannes oder des männlichen Prinzips ist es, diese beiden Liebespole in der Frau zu vereinen. Obwohl bei ihm der gleiche Mangel an Integration besteht, muss er sich nur darauf konzentrieren, seine Partnerin zu lieben und zu erfreuen. Alles andere wird sich dann daraus ergeben, einschließlich der Auflösung seiner eigenen sexuellen Disharmonien und Frustrationen. Wenn das gesamte System der Frau frei fließt, ist sie erfüllt von göttlicher Liebe. Denn diese Vereinigung des Oberen und Unteren im Körper, des Idealen und des Irdischen, des Unerreichbaren und des Erreichbaren erzeugt in einem Strom göttlicher Liebe eine strahlende goldene Energie. Und wenn dies völlig erreicht ist, ist die Frau wieder vereint mit der ursprünglichen Frau, körperlich, geistig und spirituell. Ihre Unzufriedenheit verschwindet und sie ist nicht mehr von irgendwelchen äußeren Aktivitäten abhängig, um Erfüllung oder Sinn zu finden. Vielleicht wird sie sich weiter in ihrer Arbeit oder in der Kunst oder als Mutter engagieren, aber sie wird nicht mehr von ihren Aktivitäten als einem Bedürfnis abhängig sein. Jede mögliche Erfüllung liegt in diesem einen Yoga, dieser einen Vereinigung. Wie du an der Welt um dich herum sehen kannst, ist es sehr selten, dass eine Frau sich in diesem natürlichen ursprünglichen Zustand befindet und doch ist es das ganze sexuelle Streben der Frau, diese göttliche Verbindung durch den Mann herzustellen. Sogar ihr Verlangen danach, Kinder zu bekommen, ist zweitrangig. Weil diese göttliche Verbindung so selten hergestellt wird, ist die Frau heutzutage nicht wirklich sie selbst. Sie verweilt vor allem im romantischen Oberkörper und sehnt sich nach dem Unerreichbaren und betreibt mit ihrem Unterkörper periodischen, wahllosen Sex im aussichtslosen Bemühen, diese Verbindung zu schaffen. Die entzieht sich ihr und deshalb bleibt sie im Grunde genommen zwei Personen, in sich selbst geteilt, bis sie sich oft desillusioniert oder gealtert vom Sex lossagt und ein Halbleben idealisierter Liebe lebt. In einigen extremen Fällen wird man sie als frigide bezeichnen. In anderen Fällen wird ihre Absage an den Sex die Tendenz des Mannes zur Impotenz verschlimmern. Um die sexuellen Probleme, die mit diesem Mangel an Integration in Verbindung stehen, zu durchschauen, musst du verstehen, dass in der göttlichen oder wirklichen Liebe die Verbindung nicht nur zwischen Mann und Frau und ihren beiden Körpern besteht, sondern bei beiden auch innerhalb ihrer eigenen Körper. Die Neigung der Frau, in ihrer Sehnsucht zu verharren, macht sie anfällig für Sentimentalität und falsche Romantik. Die wahre Romanze ist keine vorübergehende Sache. Sie ist keine Schachtel Pralinen, kein Jubiläum, noch süße Worte, hübsche Dinge oder schöne gemeinsame Abende. Diese Dinge sind zwar auch ein Teil der Romanze des Lebens, aber genauso ist es der Tod, der die Frau all ihrer romantischen Illusionen beraubt. In der Romanze des Lebens kannst du das Gute nicht ohne den furchtbaren Schock bekommen. Die wahre Romanze ist der Mythos des Lebens, ist das gewaltige Abenteuer von Mann und Frau, die gemeinsam durch die Liebe jeder durch den anderen entdecken, dass es keinen Tod gibt, kein Ende des Lebens oder der Liebe, die weder festhält noch Furcht kennt. Schauen wir uns jetzt an, was im Moment des Orgasmus geschieht. Der Orgasmus ist Teil des Liebesaktes, aber allzu oft ist er ein emotionales Ziel. Und Lieben hat kein Ziel. Wahre Liebende machen immer weiter, lieben sich so lange, bis der Mann schließlich, vielleicht nach Stunden, natürlich und bewusst ejakuliert. Oder sie trennen die Körper und lieben sich einige Stunden später oder am nächsten Tag und am übernächsten und am darauf folgenden, ohne dass der Mann unbedingt kommen muss. Das emotionale Ende des Orgasmus ist Enttäuschung, eine Periode postkoitaler Traurigkeit oder Depression. Bevor die störenden Emotionen des Selbst aufgelöst sind, ruft körperliche Liebe tiefe Gefühle von Selbstzweifeln hervor. Aber wisse, dass dies so ist und es Teil des spirituellen Prozesses der Konfrontation mit dir ist, im Dienste deiner Selbsterkenntnis. Den meisten Menschen entgeht die Bedeutung der postkoitalen Depression und sie identifizieren sich damit, statt sich nach und nach davon zu lösen. Der Orgasmus steht in Wirklichkeit weit unter der Schönheit und dem Sinn des Liebesaktes, der vom Augenblick lebt. Aber er wird für euch beide genau im richtigen Moment geschehen, ohne danach emotionelle Traumata zu erzeugen, wenn ihr präsent genug seid, um euch ausschließlich mit dem Liebesakt zu beschäftigen. Es ist reine Gier, wenn der Mann zum Orgasmus kommt, bevor er genug Liebe praktiziert hat, bevor er die göttlichen Energien seiner Partnerin gesammelt hat. Für die Frau ist der Orgasmus leicht und natürlich, süß und angenehm, wenn sie ihren Selbstschutz transzendieren kann und wenn ihr Partner ihr nur wirklich die Chance gibt, natürlich zu sein und natürlich zum Orgasmus zu kommen. Aber der Mann ist oft zu selbstsüchtig. Zu allen Zeiten hat er ihr durch seine sexuelle Gier beigebracht, sie dazu verleitet, dem Orgasmus nachzujagen, um vom Lieben abzulenken, dass er ihr nicht geben kann. Du kannst die Liebe nicht sinnig erfahren, wenn du dem Orgasmus nachjagst oder wenn du als Mann versuchst, ihn hinauszuschieben. Und eine Frau, die glaubt, ein Orgasmus sei wichtig, aber anscheinend keinen haben kann, wird sich benachteiligt oder schuldig fühlen und sie wird vielleicht aufgeben. Viele Frauen haben sich von der körperlichen Liebe abgewandt, weil sie Liebe mit Orgasmus verwechseln und sie wenden sich dabei vom wahren Wunder und der Herrlichkeit der Liebe ab. Wenn die Frau damit aufhört, den Liebesakt angestrengt anzustreben und nicht mehr vom Orgasmus geködert oder getäuscht wird, wenn sie sich weigert, einen gierigen Penis in sich zu haben und rein und präsent ist beim Liebesakt, ohne einen einzigen Gedanken in ihrem Kopf, dann kann der Orgasmus kommen, natürlich und mühelos. Er geschieht einfach wunderbarerweise durch die Macht des liebenden Penis tief in ihr. Der Orgasmus kommt von alleine, ohne dass einer der Partner es will oder dafür etwas tut oder er kommt nicht und dann ist das kein Problem. Heutzutage können Frauen einen Orgasmus haben und es kaum fühlen. Bei vielen von ihnen hat das Bewusstsein der Liebe tatsächlich die Vagina verlassen. Diese ist so voller Vergangenheit, Verkrampfung und Emotion, dass die Frauen die Vagina nur unvollständig spüren können, vor allem oben in der Nähe des Cervix. Sie ist dort desensibilisiert worden und dies wird mit jeder Generation schlimmer. Die Frau genießt und fühlt normalerweise mehr im unteren Teil der Vagina, weil der Mann nicht mehr genügend Autorität besitzt, um den tiefsten bzw. höchsten Teil zu erreichen oder dort lange genug in Liebe zu bleiben, um das zu tun, was seine Aufgabe ist. Weil er den Teil der ihrem spirituellen Garten am nächsten ist, wo die wahre Göttin der Liebe residiert, nicht erreichen kann, hat er ihr Empfinden und ihren Orgasmus nach unten zum Eingang gelenkt und ihr Bewusstsein auf die Klitoris konzentriert. Er hat dies in zweifacher Weise getan, durch ständige Ejakulation sofort nach dem Eindringen und durch ständige Fingerstimulation der Klitoris, um sie für die Orgasmen zu entschädigen, die sie sonst nicht hat. Er hat die klitorale Befriedigung, den klitoralen Kompromiss zur Belohnung für den Geschlechtsakt gemacht. Sie weiß, dass dies keine Liebe ist, aber was kann sie sonst tun, was gibt es anderes. Durch das Versagen des Mannes, sie richtig zu lieben, wird sie an der Klitoris onanieren, wie der Mann es sie gelehrt hat. Wäre sie geliebt, würde sie es nicht tun. Ohne den Einfluss des Mannes unterliegt sie nicht demselben Zwang zur Onanie wie er, der sie zur Abfuhr seiner sexuellen Aggression braucht. Sie hat die Angewohnheit von ihm. Einzig der Penis kann die Frau wirklich lieben, weder die Finger noch irgendein anderer behelf. Einzig der lebendige Penis des Mannes ist dazu bestimmt, ihr in der Vagina zu dienen. Nur ein selbstloser, leidenschaftlicher, geduldiger, liebender Penis kann den Orgasmus dorthin zurückbringen, wo er hingehört. Wo der Orgasmus natürlich geschieht, wo keine störende Emotion auftritt, wenn er nicht geschieht. Wenn sie durch ihre Empfindung, durch das Bewusstsein in ihrer Vagina weiß, dass sie geliebt wird. Irgendwann werden die Hände des Mannes durch die Praxis seines Liebens wie sein liebender Penis. Sein gesamter Körper wird zuliebe und die Frau wird dies erkennen, falls es ihr jemals begegnet. Dann können seine Hände sie beim Liebesspiel lieben, wie es ihre Bedürfnisse erfordern. Das kann erst dann geschehen, wenn der Mann durch jahrelange richtige Liebespraxis seine psychischen Sinne entwickelt und vervollkommnet hat. Die psychischen Sinne liegen hinter allen physischen Sinnen und sind weit feiner und empfindlicher. Wenn der Mann lernt, den Geruch der Frau zu lieben, beginnt er, seinen psychischen Geruchssinn zu aktivieren. Das gleiche gilt für seine Lippen, Wenn er ihren Körper, ihr Haar, ihre Haut, ihre Brüste mit wachsender Liebe küsst, wird seinen Lippen eine neue Dimension der Kommunikation eröffnet. Das gleiche gilt für seine Berührungen. Sie werden harmonisch und fließend. Schließlich entsteht der psychische Sinn der Sinne als Ganzes. Dies sind nicht fünf Sünde, sondern einer. Sein ganzer Körper wird dann zu dieser verfeinerten, kraftvollen und durchdringenden Liebe, dann wird sogar seine bloße Präsenzliebe ausdrücken. Damit Männer und Frauen sich auf wunderbare und göttliche Weise lieben können, ist eine fundamentale Veränderung im Penis und in der Vagina nötig, oder genauer gesagt, in dem Teil des Gehirns, der sie kontrolliert. Penis und Vagina müssen von der Unwissenheit des Gehirns darüber, was lieben heißt, befreit werden. Sie müssen bewusst von der Emotion bzw. der Unbewusstheit der Vergangenheit befreit werden, von all den Angewohnheiten und falschen Vorstellungen, die durch die Verstrickung mit vergangenen Erfahrungen erworben wurden. Dein Körper muss das Lieben nicht lernen. Er liebt natürlich, wenn man ihn nur lässt. Aber deine Verstrickung mit vergangenen Erfahrungen steht ihm im Weg. Dieses emotionale Verhaftetsein ist dein Selbst, die Emotionen deiner Vorlieben und Abneigungen und all deine Versuche, die Freuden vergangener Begegnungen zu wiederholen und deren Schmerzen zu vermeiden. Dein Selbst kann deshalb nicht lernen zu lieben. Stattdessen lernst du, beim normalen Liebesakt dein Selbst zu füttern. Raffiniert, auf Nummer sicher gehend lernst du, sowohl dich zu schützen wie dich hinaus zu projizieren. Diese Selbstrücksicht macht aus Liebe Sex. Du kannst dich nicht schützen und gleichzeitig Liebe praktizieren. Du darfst dich in keiner Weise zurückhalten. Aber genau das ist die Art, wie Männer und Frauen sich heutzutage lieben. Ihre Erfahrung hat sie gelehrt, vorsichtig zu sein, nicht alles zu geben, denn sie könnten etwas verlieren, könnten verletzt werden. Angst geht überall um. So gehen sie auf Nummer sicher. Sie wissen nicht mehr, wie man alles gibt. Das ist vergessen worden. Menschen, die lieben, fühlen oft den drängenden Impuls, alles zu geben, sich mit aller Gewalt öffnen zu wollen und doch können sie es nicht. Du hast dieses Gefühl sicher schon irgendwann einmal gehabt. Es ist dein Selbst, das du gewaltsam öffnen und loswerden möchtest. Der Stein, der die natürliche Liebe in deinem Körper blockiert. Könntest du deinem oder deiner Geliebten alles geben, jetzt in diesem Moment? Die ehrliche Antwort ist nein. Du hast die Möglichkeit dazu, jedes Mal, wenn du Liebe praktizierst und hast es bis jetzt noch nie geschafft oder hast du es etwa geschafft? Vielleicht scheint es dir, dass es manchmal geschieht oder beinahe geschieht, aber es bleibt immer die Möglichkeit, dass du dich vielleicht doch nicht völlig hingeben kannst. In der Liebe gibt es keine Möglichkeit, kein Vielleicht. Die Liebe ist heutzutage ein Kompromiss und zwar der Gestalt, dass wir nur das Beste, was wir erhoffen oder was unter den gegebenen Umständen möglich scheint, erwarten. Und es erzeugt im besten Fall das beste Gefühl, das man von einem Kompromiss erhoffen kann, nämlich Befriedigung. Das ist wie unter Drogen zu stehen. Du wirst bemerkt haben, dass die Befriedigung dich nach dem Liebesakt einschlafen lässt. Sie ist in der Welt personifiziert durch den vom Manne geschaffenen Gott der Liebe, den Orgasmus. Der Mann ist Orgasmus besessen und jetzt betet die Frau, die selbst die Göttin der Liebe ist, infiziert und entflammt durch diesen männlichen Wahnsinn den falschen Gott des Mannes an, als ob der Orgasmus ein Zeichen der Liebe wäre. Jedes Tier kann ohne ein Zeichen von Liebe zum Orgasmus gebracht werden, aber du kannst nicht ohne Liebe Liebe praktizieren. Also hören wir damit auf, uns selbst zu täuschen oder uns täuschen zu lassen. Wenn du einen Orgasmus willst, dann onaniere. Wenn du Liebe willst, dann bleibe bei diesem Weg der Liebe. Sei beharrlich, dann werden die erforderlichen grundlegenden Änderungen im Gehirn schließlich geschehen. Diese grundlegenden Veränderungen können nur dadurch herbeigeführt werden, dass du lernst, in der Liebe bewusst zu werden, indem du für die Liebe liebst und nicht für dich selbst. Das bedeutet, geistig und spirituell während des Liebesaktes und des Vorspiels präsent zu sein. abonniere. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.